Musik Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends Heute mit dem Rebellion from Evil Step Up Banner Wir werden einmal komplett durchziehen von Schritt 1 bis Schritt 7 der kostenlos ist Das Ganze kostet uns insgesamt 4100 Zeitkristalle Und in 2-3 Tagen, also am Wochenende auf jeden Fall, machen wir auch noch den Piccolo Banner Also auch da gerne ein Abo dalassen, um das nicht zu verpassen Gerne auch in die Kommentare schreiben, hast du gezogen aus dem Freezer Banner und was hast du gezogen? Und ja, ihr seht hier, ihr bekommt auch überall Tickets Bedeutet, wir können auch am Ende dann hier beim Rebellion from Evil Banner einmal ein garantiertes Barking ziehen Das Erste besteht aus 100 Zeitkristalle für 3 Charaktere und wir bekommen ein Ticket Ich nehme auf, jo, sieht gut aus Ich sage, warte, wir gehen auch direkt rein Gerne in Genki-Dama-Power natürlich Und ja, es steht immer Download Ich habe gerade ein Problem, dass ich es nicht runtergeladen bekomme Den Resten, also wir sind hier nicht gespoilert Oh, eine Kapsel Es wird jedes Mal Download stehen, wollte ich sagen Das heißt, wir sind eigentlich nicht gespoilert, denke ich mal Aber wir gucken mal rein, das Erste sieht ehrlich gesagt nach 3 Heroes aus Aber wir versuchen mal unser Glück Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Ah, ne, vielleicht ein Fake Out, ein Fake Out Ich habe schon ehrlich keinen Fake Out mehr gehabt Ah, jeez No, also der erste Pull, die ersten 100 Zeitkristalle waren schon mal auf den Arsch Aber hey, es war immerhin ein Ticket dazu Und, ähm, was soll ich sagen Es ist wie, wenn man mit 100 Zeitkristallen aus einem normalen Banner zieht Nur, dass man hier halt 3 Helden bekommt, ne Das nächste sind 5 Helden 5 Charaktere Für 300 Zeitkristalle nur Und, ähm, wieder ein Ticket dazu Plus Alle sind mindestens auf Extreme Also Leute Wir konzentrieren uns, okay Wir drücken drauf, wir gehen rein Genki Da Maaaa Ihr seht also, er steht immer Download Also von dem her ist es egal Ob wir gespoilert werden 3 Kapseln Vegeta Vegeta ist da Vegeta übernimmt den ganzen Bums hier Denn, ähm, Son Goku, wie soll ich sagen Ist nicht in der Lage dazu, Freezer zu töten Das kann nur unser guter Alter Vegeta Welches Sparking wird er uns bringen? Wir wissen ja, bei Bardock und bei Trunks Animation Ist ein neues Sparking garantiert? Boah, immerhin der blaue Bardock Ist nicht schlecht Ich hab den aber schon so hohe Sterne Ich glaub leider nicht Dass der einen Stern nach oben gehen wird Toma, auch gut Ist jetzt auch nämlich Team Bardock, ne Äh Ah, geht ein Stern hoch, sehr schön Sehr schön, hat sich doch gelohnt Freut mich sehr Trunks, die geht auch ein hoch Bardock hier Alter, es läuft, ne Richtig geiler Super Sajid Und natürlich auch, ähm Wie gesagt, ich zeig's mal ganz kurz Und wieder ein Ticket Wir drücken drauf Gehen auf Details Gehen hier runter Und sehen Bardocks Team Ich nenn's Team Bardock Bardocks Team ist auch mit am Start Freut mich sehr Ähm, wir wollen ja hier übrigens rausziehen, ne Weil euch vielleicht wundert, warum Bardocks Team Wir wollen entweder den neuen Legends Nehmen den Freezer Was schwer werden wird Oder eben den neuen Bardock Oder noch wichtiger Einen Super Sajid in Vegeto vielleicht Und so weiter Und so weiter Ne Wenn ihr mal Bescheid wisst, was wir eigentlich wollen Natürlich den neuen Freezer Legends Limited Aber auch sehr gerne Bardock So, nächster, nächster Step ist Zehn Helden Für sieben Uhr Zeitgestall Also auch noch billiger Plus zwei Tickets Dann haben wir schon vier Tickets, ne Und ihr merkt schon, ne Wir drücken drauf Ihr merkt schon, es wird ein teures Opening Weil nicht nur heute ein Opening Morgen ein Opening Sondern auch im Wochenenden Opening Also insgesamt Arsch viel Zeitgestall Diese Woche Ah, drei Kapseln nur Also gerne auch ein Däumchen nach oben Fürs Video, wenn ihr Bock habt Und wie gesagt, natürlich gerne abonnieren Um eben solche Openings zum Beispiel nicht zu verpassen Es sieht aber schlecht aus Sehen wir uns ehrlich Super Sajid in drei Kapseln Deutet alles eher auf Extreme hin Wir gucken Nein, kein Vegeta Kein Vegeta Okay, okay Wir müssen auf ein Fake Out hoffen Das heißt, es ist eine Hero Kugel Oder genau das hier Fake Out King Rabbit is back Mit einem File vom Freezer Auch sehr geile Karte Die sich transformieren kann Im Kampf zum Golden Freezer Geil Ich habe mir gerade selbst Einen Golden Freezer gefakeoutet Mega, mega nice Das freut mich natürlich sehr Könnt ihr euch denken wahrscheinlich Ah, mega schön Das ist schon mal ein guter Start, ne Wir haben schon zwei Sparkings gezogen Für den Zeitkristall-Schnitt lohnt sich das Sieht leider jetzt der Rest ziemlich schlecht aus Aber ich habe es ja gesagt, ne Die ganze Animation sah nicht gut aus Wir mussten hoffen auf ein Fake Out Freezer geht auf vier Sterne Sehr schön Ähm, ja, es sieht wenig aus Sein Wert Muttenrochi Muttenrochi 14 Sterne Easy Ähm, es sieht wenig aus Sein Angriffswert Beziehungsweise seine Kampfkraft Aber er kann sich ja verwandeln Und dann sieht der ganze Bums hier mit 1,3 Millionen Schon anders aus So, aber wir sind jetzt hier schon Im vierten Step Heute geht es flott voran, ne Heute geht es flott voran Im vierten Step hier Extreme oder höher Garantiert Also auch eine gute Chance Eigentlich auf ein Sparking Plus wieder ein Ticket Was uns dann schon unser fünftes Ticket bringt Um am Ende Wie gesagt Noch eine Noch eine Kostenlose Sparking zu ziehen Aber erst mal Zehn Mindestens Extremes Streams Bitte Dende Bitte Shenlong Gönn mir doch Gönn mir doch Ne geiles Sparking Wir gehen rein Ich bin gespannt Ich bin gespannt Wir haben schon zwei Sparkings Ist schon geil Aber es sind nicht die neuen Es sind nicht die neuen Download ist da wieder Tau bei bei Sparking Trunks Trunks ist da Wir bekommen jetzt entweder Ähm Piccolo Oder Barok Äh Freeza Oder Barok Piccolo Nämlich auch gerne Okay okay Wir werden gucken rein Ich bin gespannt Erstmal Freeza im Rollstuhl Komm schon Baby Toma Team Barok Wie geht's da Wahrscheinlich zum Schluss Wieder Zabon Aber das Spiel Macht's immer spannend Komm schon Komm schon Komm schon Turls Es wird echt spannend Am Ende Am Ende Sparking Ja Barok Nice Es ist echt ein neuer Wie gesagt Wegen der Trunks Animation Mega sexy Barok Du kannst jetzt ein Team spielen Aus drei Sparking Baroks Mega cool Freut mich sehr Nochmal Trunks Und ja leider nur Eines Parking Aber hey Wir haben es schon mal geschafft Den neuen Barok zu ziehen Sehr erfolgreiches opening Bisher Muss man so sagen Es waren einige Sparkings Die nicht garantiert waren Und wir haben den neuen Barok Der natürlich auch Dazu gehört zu Baroks Team Und ja er kann sich auch Verwandeln Mega Mega geil Denn wir haben es noch genauer ansehen In Zukunft Wird wahrscheinlich Bisschen dauern Diesmal In meinem Meinungsvideo Mega mehr geil Freue ich mich auf jeden Fall Nach dem Video Ihn zu leveln Aber jetzt Leute Sind wir im Step Nummer 5 Was bedeutet Wir haben hier eine erhöhte Chance Auf die neuen Helden Steht auch hier oben dabei Drop Rate neuer Charaktere Mal 2 Ist natürlich noch immer Mega gering Aber sie ist da Die Chance ist höher 1000 Zeitkristalle 10 Helden Also Normalpreis Plus wieder ein Ticket Und wie gesagt Die erhöhte Chance Auf eine neue Sparking Ich hätte nichts dagegen Noch einen Barok zu ziehen Oder natürlich Freezer Leute Drückt mir die Daumen Schickt mir Genki Dama Power Wir gehen rein Guck mal Doppelte Chance Bedeutet für mich eigentlich Gar nichts Gar nichts Sieben Dragon Boys Ihr dürft euch was wünschen Leute Was wünscht ihr euch Schreibt es mal in die Kommentare Das würde mich echt mal interessieren Haut mal in die Kommentare Was wünscht ihr euch von den sieben Dragon Boys Okay, okay, okay Wir wissen wir haben die garantierte Sparking Wir drücken mit Goku mit Er drückt mit Er drückt mit Oh, wir haben hier SuperSedge in 3 Animation Die Drachenfaust ist da Wow Nice Nice Okay, wir haben wieder eine Sparking Ich bin gespannt Was wird es werden Es war keine Bardock Animation Keine Trunks Animation Also es ist keine garantierte neue Sparking Könnte es auch ein Fail werden Cheese zum Beispiel ist ein Mega Fail Und wird es wieder Nur Eine Sparking Nein, noch eine blaue Bardock Ah, geht der Stern hoch Geht der Stern hoch Ich weiß es nicht Über den neuen Hätte ich mich mehr gefreut Da ist er doch Was Okay Heute ist Bardock Tag Leute Noch eine Sparking Was Leck mich am Arsch Leck mich am Arsch Was war das denn Was war das denn Zum ersten Mal hat es bei mir Funktioniert Mit der erhöhten Sparking Chance Cheesecake auf 7 Sterne Interessiert kein Schwein Bardock im Blau Geht noch einen Stern hoch Geil Geil Kamera ist auch explodiert Quasi Und jetzt kommt es natürlich Unser Bardock geht 2 Sterne nach oben Normalerweise Oder 3 2 3 Sterne hoch Wir haben instant 4 Sterne Neuer Bardock Mit Wie gesagt Verwandlung Mega geil Mega geil Das Opening hat sich schon Komplett gelohnt Egal ob wir jetzt schon Freezer haben oder nicht Allein schon wegen 3 neuen Bardocks So viele Sparkings Der Rabbit is back Rabbit is back Leute Der Opening King Ist wieder da Hashtag Opening King Ne bitte nicht In die Kommentare Hashtags Hashtags Und Links Werden gesperrt Die muss ich immer Selbst freischalten Okay Step Nummer 6 Ist ein ganz normaler Wir haben jetzt hier Nur ein Ticket dazu Aber sonst Ist es ein ganz normaler Pool Wir gehen rein Wir haben keine hohen Erwartungen Wir haben doch schon So viele Bardocks gezogen Kommt da noch mehr Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht 3 Kapseln Kein Super Saiyan Alles mehr so Extreme mäßig gerade Unentschieden Welche Schriftfarbe Weiß Sieht nicht gut aus Okay wir müssen auf ein Fakeout hoffen Wir müssen auf noch ein Fakeout hoffen Sonst ziehen wir jetzt hier mal nix Was natürlich nicht schlimm wäre Wir hatten gerade 3 Sparkings Und wir haben insgesamt schon 3 neue Bardocks Es wäre nicht schlimm Okay Ich würde damit leben können Uh noch ein Bardock Sexy Kann man schon ein 6 Bardock Team machen Ich weiß gar nicht Ich weiß gar nicht Chilt Oha geht auch Immerhin ein paar Extreme Ne Ja sieht nicht gut aus Sieht nicht gut aus Keine Fakeout Power mehr übrig Haben wir heute schon einmal benutzt Wahrscheinlich geht es nur noch einmal Die muss ich langsam wieder aufbauen Und meine Fakeout Power Ne Chilt geht es ja noch sehr schön Ja immerhin noch ein Bardock Der müsste ja Ist jetzt auch Team Bardock Normalerweise schon Jo Bardock Team Ist da Nice Freue ich mich Und jetzt Leute Der letzte Pool Aus dem Step Up Banner Von Freezer Mit einer kostenlosen Ziehung Und danach noch Das Ticket hier Mit einer garantierten Sparking Also Wir gehen rein In die kostenlose Und wie gesagt In 2-3 Tagen Dann Kommt auch das Piccolo Opening Online Oh keine Kapsel Wären das jetzt 10 Heroes Wären das 10 Heroes Will der Step Up Banner Mich mit 10 Heroes Verabschieden Tut dem Tut dem Was Was Ich hoffe Wenigstens nicht Gib mir wenigstens Ein Extreme Lass uns hier nicht Aus dem Step Up Banner Rausgehen Mit 10 Heroes Bitte nicht Ich fordere nicht mal Eine Sparking Aber ein Extreme Was 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 Ist nicht dein Ernst Oder Die kostenlose Ziehung War komplett Für den Arsch Ihr seht Ich habe alle Heroes Auf 14 Sterne Das Das war ein schlechter Abschluss Für den Step Up Banner Und ja Man wird jetzt zurückgeworfen Auf Step Nummer 3 Das heißt Wenn du jetzt Bei Step Nummer 3 Noch einmal ziehst Mit 7 Humorzeit Kristallen Dann Bekommst du hier noch mal Zwei Tickets Und dann noch mal Noch ein Ticket Blablabla Dann kannst du hier noch mal ziehen Hier drinnen Wie gesagt Ist jetzt die Chance Auf unseren Freezer Hier 5% Ob wir das schaffen Ich weiß es nicht Legends Limited Helden Sind immer schwer zu ziehen Aber Ich finde es immer geil Bei so einem Step Up Banner Opening Hier auf YouTube Der Abschluss Ist immer Eine garantierte Sparking Das ist wunderschön Und genau die Holen wir uns jetzt Was denkt ihr Wird es noch ein Bardock Wird es noch ein Bardock Ich bin gespannt Ich bin gespannt Meine letzte Ziehung Für heute Aus dem Freezer Banner Ich Denke nicht Dass ich noch mal ziehen werde Hicks Weil wie gesagt Bardock haben wir jetzt Echt aufgezogen Freezer bisher noch nicht Aber vielleicht kommt er ja jetzt Und wenn nicht Dann nicht Ich werde den Banner Jetzt nicht noch mehr ausgeben Denn ich werde ja Beide Banner komplett ziehen Was ja insgesamt 8.000 Zwei Anzeige es da alles hin Gigi Waifu Power Am Ende Jo ist ok Ist ok Könnte schlechter sein Und Sehr wichtig Der siebte Stern Das war wichtig Denn wenn Gigi In Zukunft Einen Zenkai Boost bekommt Kann ich damit was anfangen Jetzt ist sie bereit Durch den siebten Stern Für den Zenkai Boost In Zukunft Also Leute Ganz ehrlich Ich muss sagen Das hat sich mehr gelohnt Das hat sich mehr gelohnt Hier zu ziehen Eben Für unseren Fucking Vier Sterne Bardock Wir haben ihn dreimal gezogen Ich kann es nicht glauben Gerne eure Meinung Zu den Opening In die Kommentare Zu den Pools Und ja wie gesagt Wenn du auch gezogen hast Hier aus dem Freezer Banner Lass es mich mal wissen In den Kommentaren Was du gezogen hast Mit wie viel Zeitkristallen Und wie gesagt In ein paar Tagen Dann am Wochenende Auf jeden Fall Samstag oder Sonntag Weiß nicht wann Am Wochenende Ziehen wir auch hier Den Zenkai Banner Mit dem neuen Legends Limited Piccolo Und Son Goku Ob er da genauso viel Glück haben Das werden wir sehen Leute Das werden wir sehen Aber ich finde Auf jeden Fall Das war sehr sehr erfolgreich Ich bin glücklich Ich hoffe du bist auch glücklich Und lässt deswegen Gerne ein Like Beziehungsweise ein Abo da Danke Danke dafür Und jetzt auch viel Spaß Mit den Videos Auf der Endcard Wie zum Beispiel Mit dem Update Video Von gestern Haut rein Und ciao